Heute bei Hotte Meets Garwin. Firmware richtig aktualisieren. Hi Garwin, schön, dass du da bist. Hallo Hotte, hi. Ich habe gehört, du hast einige Fragen von unseren Kunden aufgeschrieben, die wir in diesem Meeting hier klären sollten. Die erste Frage war, wie stellt man die Funktion Auto-Updates bei Zeichselgeräten ein? Das ist relativ einfach. Also einige Zeichselgeräte haben ja eine App, mit der sie gesteuert werden können. Und in dieser App stellt man schon von vorne herein ein, dass die Geräte sich selber das aktuelle Firmware-Update vom Server runterladen und installieren. Ich zeige dir mal, wie das aussieht. Und zwar sieht man hier eine Nebula-Installation. Bei der Installation wird das Gerät erkannt und dann anschließend zu deinem Nebula hinzugefügt. Und gleich danach fragt das System, ob du einen automatischen Update der Firmware einstellen möchtest. Und wenn man das mit Ja beantwortet, ist das Gerät immer auf dem neuesten Stand. Das ist schon mal gut. Ich denke mal, es wird vielen weiterhelfen. Wo finde ich aktuelle und letzte Updates, Hotte? Ja, also aktuelle und letzte Updates gibt es auf verschiedenen Portalen. Ganz wichtig ist, dass man sich immer im Klaren ist, dass man die richtige Firmware runterlädt. Das zeige ich dir jetzt hier mal. Also in erster Linie gibt es auf der Webseite eine Download-Library. Und in dieser findet man immer zu jedem Produkt aktuelle Versionen. Wenn ich zum Beispiel hier hingehe und suche zum Beispiel nach einem Router, diesem VMG 8825, dann zeigt er an, was hier zum Download bereitsteht. Hier ist zum Beispiel eine Firmware-Version. Und zwar die ABOM.8.2. Es ist wichtig, dass man sich immer hier an diesen Buchstaben und Zahlen in den runden Klammern orientiert. Wenn das Gerät diese Zahlen und diese Buchstabenkombination nicht hat, ist die Firmware nicht kompatibel. Wo kann man das finden? Das zeige ich dir auch mal gerne. Und zwar kannst du im Menü Maintenance auf der rechten Seite unter den drei Streifen findest du den Eintrag Firmware Upgrade. Bei Firmware Upgrades wird angezeigt, welche Version auf dem Gerät installiert ist. Und da stehen die Buchstaben und Zahlen in runden Klammern. Und du kannst nur die neue Datei installieren, die die gleiche Buchstaben- und Klammerkombination hat. Wenn das Gerät nicht mehr im Download-Bereich zu finden ist, dann ist es End of Life. Dann gehst du auf das Support-Portal und suchst dort nach dem IOL-Dokument. Und da findest du den Link zu einem anderen Download-Segment für Geräte, die bereits End of Life sind, mit dem jeweiligen letzten Firmware-Stand und dem Nachfolgeprodukt. Vielen Dank, Hotte. Ich habe hier noch eine weitere Frage, Hotte. Wie kann man Nebula-Updates automatisch einrichten? Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Nebula ist immer recht einfach. Dazu zeige ich dir mal, wie das auf dem Portal aussieht. So, über das Nebula-Portal kannst du die Geräte automatisch zu einem Update einstellen. Und zwar sieht man hier immer die aktuelle Version. Auch da gibt es eine Buchstaben- und Zahlenkombination. Und es wird hier sogar angezeigt, dass es die neueste ist. Dann kann man hingehen und plant ein Update. Und dann kann man sagen, der soll immer zum Beispiel samstags um 23 Uhr nach einem Update suchen. Zeitplan aktivieren. Update. Und jetzt würde das Gerät automatisch nach dem neuesten Update suchen. Und wenn es ein neues Update gibt, das auch installieren. Eine Frage hätte ich noch. Die neue Funktion MSP, Cross-Org-Firmware-Update. Was ist das? Ja, MSP, das ist auch über das Nebula-Portal. Das zeige ich dir auch mal gerne. Und zwar liegt das immer in der Organisation. Also hier oben muss man eine entsprechende Organisation machen. Und in der Übersicht kann man diese Lizenz aktivieren. Also hier ist jetzt gerade der MSP-Pack ist als Testversion aktiviert. und mit der kann man praktisch über mehrere Organisationen, ich habe hier also mehrere Organisationen, mehrere Sites, über die kann ich praktisch alle Geräte auf den aktuellen Stand bringen und dann entsprechend automatisch updaten lassen. Das heißt, ich muss nicht in jede Organisation reingehen, sondern kann einmal für alle Organisationen dieses Update durchführen. Und das kann man machen, wenn man das MSP-Pack aktiviert hat. Alle Nebula-Nutzer können 30 Tage testen und wenn das dann entsprechend den Anforderungen entspricht, dann kann man diese Lizenz hinzukaufen. Vielen Dank, Hotte. Damit hast du alle Fragen beantwortet. Ja, es hat mich wieder sehr gefreut, mit dir so ein Meeting zu haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Hotte. Vielen Dank. Wir sind ZYSEL und wir sind dein Netzwerken-Allei. Mehr spannende Themen klären wir im nächsten Meeting. Also, abonniere den Kanal und besuche uns auf support.zyxel.eu.